mein gott die nachbarn das passt so ein durchander hier was man hat stadtpark ich habe das nicht schon mal irgendwo gesehen oder war das in einem anderen ding der eimer nach der overall der bahnhof der quasar das passt doch schon mal ja da ist auch noch was palisade palisade da ist da auch noch einer prediger stadtpark utopie platin club mein gott wolfgang schlafwandler tatort engel alles klar das ist so übel ich krieg die noch nicht gelöst das ist noch zu viel es ist noch zu viel böse worte das kann man nehmen engel und schlafwandler prediger und nachtwache da geht auch noch was der bahnhof ich verstehe nur bahnhof das ist noch nicht durch schade noch mal ganz kurz stopp was ist hier los ok wir greifen an keine unterstützung ok dann ist es halt so ein flieder akobat wir haben vollpanzerung also es ist echt übel das ist richtig übel kann das nur noch was anderes du kannst das ach der hat das auch ok schau mal kannst du noch was du kannst das auch ne der kann es nicht schwere panzerung mk2 mittlere schwere leichte ja dann bleibt es dabei wir gehen rein wir versuchen das mal zu machen müssen ja mal ran brillanter zylinder agenten der verschwörung planen einen weiteren angriff wir müssen ihre pläne zerschlagen bevor sie sie in die tat umsetzen können ja wir sind dran wir machen bomben entschärfen und evakuieren so auf geht's in den einsatz und die drei wir nehmen die zwei voll gepanzert ist echt übel 1 2 und der letzte ist da unten natürlich doof ok deadpan ganz kurz gucken wie wir gehen ach so war das mit dem drehen wir gehen mal da rein da ist ne kamera da willst du wahrscheinlich nach oben gehen alles klar geh mal da hin mach mal feuerschutz ich bin mit dir 100% ok nachruf wenn du da rüber gehst ist das noch in ordnung ok feuerschutz so akrobat euch muss ich in die richtung hier schicken da oh das ist echt weit weg da die beiden geht da hin jetzt mit flieder ab um die ecke ok zug beenden aha ja jetzt haben wir uns gesehen ist klar stärkung in sechs gründen alles klar dann können wir jetzt auch reingehen oh der ist aber weit weg gucken wir mal mexikanischer politizist alles klar erledigt wir sind ja mittlerweile ne absolute killermaschine ah hier ist noch was zum öffnen nehmen wir mit vielleicht kriegen wir ein paar infos ok beute ah wir konnten ja leider nicht aufklären das ist das problem ne dazu hat uns ja leider die zeit gefehlt ok hier scheint nix weiter zu sein das heißt doch um ecke geheime dokumente na ist klar dann gehen wir in sicherheit äh du machst mal feuerschutz nachruf geht auch rein und wird jetzt auf jeden Fall mal die tröppe im auge behalten akrobat kann unheimlich weit laufen kann unheimlich weit laufen die gehen dahin die gehen dahin du gehst dahin und du musst dich alleine dahin durchkämpfen geht leider nicht anders ich hätte gerne mehr äh aus ähm Wahl gehabt von den möglichkeiten aber so geht es leider nur so so wie kommen wir hier rein so um ecke oh ok versuch mal dein glück 1a super geschossen super getroffen ja du gehst nach da du gehst nach da in Ordnung alles klar ok Kumpel in 6 Runden kommt Verstärkung oh oh na komm na los ich brauche jetzt aber ganz schön lange um zu überlegen die KI na los komm schon ok deadpan die Panzerung hat natürlich einen gravierenden Nachteil schränkte uns ganz schön in der Beweglichkeit ein ok ah verdammt komm nochmal sehr gut ah da ist ein Computer so lass mal gucken ah da ist die Bombe da ist der PC mach mal vertrauliches Dokument ok gib Gas Kumpel wir müssen die jetzt deaktivieren oh ah nicht so gut na komm nimm mal die große Knarre bam sauber gemacht stolz auf dich erste Bombe deaktiviert schnell noch den Schrank knacken Täubungsbombe gehen wir da sicher in den Safe Bereich ok Acrobat du musst irgendwie da hoch ich weiß noch nicht wie wir da hochkommen irgendwo muss es einen Weg geben vielleicht hier Außenbereich sieht es nicht danach aus auch nicht ah hier komm Acrobat oh wie frech ah der lebt aber noch nimm mal die andere Knarre 1A sehr gut so Flieder geht mal mit hinterher die sind nicht ganz so stark geschützt äh gepanzert wie meine anderen äh Kumpels deswegen Fähigkeiten dann geht nicht Ausrüstung Dietrich äh Ausrüstung Dietrich mach mal mach mal auf die Tür deswegen gehen wir mit denen lieber doppelt ich sehe noch einen Einzelschuss Fähigkeiten Ausrüstung Beschleuniger Ah da steht auch ein Dach da nochmal sehr gut hast du gut gemacht Kumpel jetzt gib uns Deckung okay lass mal gucken oha das reicht nicht oh natürlich nicht so schön aber den kriegen wir den kriegen wir ah Deadpan hier wieder runter sichert mal den Bereich hier nachruf tut das selbige mein Tür zu du sicherst mal da was ab so Acrobat du hast freie Schussbahn du nicht mein Freund so jetzt müssen wir noch die zweite äh ein Ding ich muss finden mal gucken äh muss mal gucken wenn wir da hochkommen gibt es hier noch einen Weg ist hier um die Ecke geh mal rein hier zumindest ist da eine Bombe die können wir schon mal entschärfen so eine muss noch auf irgendwie oben sein noch eine Etage höher ist hier eine Tröppe ja da ist eine Tröppe geh mal da hin zack so Flieder beweg dich bisschen flotter so wie sieht es hier aus da ist ein Koffer mach weg Bombe ist da und jetzt machst du auf jeden Fall mal Feuerschutz alles klar Zug beenden okay Deadpan kümmern wir uns gleich drum Flieder will erstmal die Bombe holen äh Aquierung nach oben da oder da ich denke wir werden den da ruhig nehmen ich werde mal schon mal anfordern anfordern na Flieder wo bist du wo bist du oh ei 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 das war eine Falle alles klar kumpel so und du musst jetzt irgendwie wieder runter kriegen wir dich irgendwo runter oh ich sehe gerade ich wohnte es ist auch noch ein Koffer hier ist noch jemand drinnen gefangen ihn hätte ich ja ganz übersehen gehabt aber ich glaube der ist tot okay dann geh ab durchs Fenster so okay mein Freund du bist schon fast da geh mal da hin du hast jetzt auf jeden Fall mal Feuerschutz okay Akrobat geht auch runter holt sich jetzt den Aktenkoffer noch auf jeden Fall 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 auf jeden Fall